Let's play Dead Space und ja, wir sind jetzt bei Kapitel 2. Antritts, keine Ahnung was. What the f- Ach, das ist die Tür, wo man da nicht landen muss. Stase! Stase! Ein Stase, Muggie! Stase! 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 Schade, jetzt hab ich keine Stase mehr. Stase! Stase! Stase auf der Nase! Teamwork! Plasma Energie! Plasma Teamwork Energie! Energie Knoten! Plasma Energie! Plasma Energie! Stase! 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 Geräusche! Stase! Tashi! Herrw Fe decades! Alter, wir haben auch da noch. Still hier. Doch, hier lang. Stase-Modul. Das ist ein Großmodul. Okay, der ist tot. Der hier lebt noch, oder? Ja. Klar, ich hab da richtig hart gezogen. Der hier lebt noch. Ja. Der hier lebt noch. Ja. Der hier lebt noch. Der hier lebt noch. Der hier lebt noch. Der hier lebt noch. Scheiße, ich hab keine mehr mehr. No way. What the hell. Initiating Lockdown. Wow. I do not even lost this game. Oh damn what. Oh damn what. What the hell. What the hell? Das war's. was das mal Plasma Plasma Energieknote Plasma 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 Vielen Dank.